Diese hier zum Kauf angebotene 3-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich in Berlin. Die Immobilie wurde 1997 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Die Erdgeschoss-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 71 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 140.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Die Erdgeschoss-Wohnung